Danke. Kein Problem. Weiß nicht, worum es geht? Achso, du wolltest diesen... Genau diesen. Ja, den Shot sind wir immer noch mega behindert. Das hätte sich Minecraft-alter besser lösen können. So wie jetzt zum Beispiel mit WorldEdit, die hätten ein Tool für den Kreativmodus oder so einführen können. Dass du das halt da genauso machen kannst. Aber gut. Ich kann ja nichts sagen, aber die Burg ist viel zu groß. Noch kleiner. Was? Ja, ich setz gleich überall auf die Welt. TNT im Verbind so, dass es überall gezündet wird und spreng alles in die Luft. Brauche nicht. Was ist denn das? Ja. 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 Ich habe die letzte Folge schon ausbekommen, oder letzte Aufnahme. Hast du es auch gesagt? Ich dachte, ihr wusstet das. Ich habe halt gerade Feuerwerk gesucht, aber hier gibt es kein Feuerwerk, Alter. Warum? Wenn ich Feuerwerk oder Feuerwerk eingebe, findest du das nicht und Arcade oder Rocket auch nicht. Und wie bei mir dieser Bemuske Steinziegel hier aus, sieht er normal aus. Komisch. Wo können die da draußen, ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Irgendwas auf die Eier da draußen mit ihrer Diskutiererei über keine Ahnung was. Steffen, der zockt immer viel zu in der Haut. Ne, da sind irgendwelche Kanacken auf der Straße. Was hat er jetzt nicht gesagt? Alter, sieht scheiße aus. Alter, sieht mega scheiße aus. Ich suche das jetzt so lange, bis ich sende, ne? Das machen wir meistens, wenn man was braucht. Naja, brauchen du es jetzt nicht, aber ich... Der Redstone ist es auch nicht. Wir kriegen das Zeug aus der linken Hand wieder weg. F. F? Ah, okay. Oder du drückst E und drückst auf dein Inventar und dann ziehst du es aus dem Schildding raus. Nein, sorry. So geht es aber nicht. Danke. Ah-ha. Das ist jetzt alle. Das ist jetzt alle. Das explodiert aber nicht. Ich habe das gerade selber gecraftet, weil du brauchst einen Feuerwecksstern dafür. Aber irgendwie. Es gibt Feuerwecksraketen ohne Effekt und mit Effekt und die mit Effekt. Ach so. Kann man die jetzt doch spawnen oder was? Hast du mir nicht zugehört? Na, weil du warte sagtest, ach so. Und deswegen dachte ich, jetzt kam die Erleuchtung. Der kam davor oder schon gesagt? Und ich dachte, ach so war schon wieder der nächste Schritt. Also jetzt die explodieren nicht und machen irgendwie, oder? Da? Oder was? Mein kleiner Mann. Komisch. Naja, gar genug rumgespielt. Ja. So. Da haben wir Ditte. Da haben wir Ditte. Äh Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Katsching! Das sind so Kernbehinderten. Ja genau, nur manchmal. Das behauptet, der lügt. Welch ist das? Syrien, sehr gut. Na guck mal, guck mal nach unten, wie sieht's aus? Bist du dir sicher, dass du diese scheiß Goldstormkreuz holst? Kannst du wissen, dass du Goldblöcken neu hast? Hm, warte. Diamantblöcken? Nee. Ist ja in Keramik. Auch ganz viele verschiedene Blöcke. Ein Kloster finde ich. Oh, Gold sieht schon mal ein bisschen bitter aus. Das ist ja in Keramik. 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 Das ist ja in Keramik.